einen wunderbaren guten morgen ja nach einer lauschigen nacht leicht angefeucht bin ich jetzt schon wieder eine weile auf dem weg leider läuft alles nicht ganz so glatt wie ich das erhofft habe ich habe irgendwie vergessen einen akku zu laden das heißt ich ging gestern davon aus ich habe drei volle und ich würde und es würde reichen bis ljana jetzt habe ich tatsächlich nur noch einen freund der trage ich nicht weil es in 43 kilometer das heißt ich muss dann heute irgendwo platz finden wo ich einfach den akku noch laden kann so Untertitelung des ZDF, 2020 Also der Marienkult ist hier in Slowenien wirklich schon groß. Ständig sind überall privat errichtete Kapellen, manche brandneu, manche steinalt und die sind wirklich überall. Wenn man nur noch eine Batterie hat und die auch schon auf zwei Striche umgeschlagen hat und das ist bereits bei 8,5 Kilometer und jetzt bin ich bei 10, ist es sehr besorgniserregend, wenn es hier die ganze Zeit bergauf geht. Ich kann nur hoffen, dass es nachher viele, viele Kilometer bergab geht. Unterm Baum geduscht, das Zelt aufgebaut. Und über die Straße hinweg, da hinten in dem Haus, werden meine Akkus geladen. Besser kann es nicht sein.